Herzlich Willkommen zu dieser IG. Heute fahren wir mit der Straßenbahn Linie 10 der BLT. Sie ist gerade vom Bahnhof da nach Adelsheim abgefahren. Obwohl er offiziell eigentlich auf Adelsheimer Boden liegt, sind wir immer noch bei der Gemeinde Adelsheimer. Der Zehner wendet auch auf Adelsheimer Boden. Auf jeden Fall empfehle ich Ihnen dieses Video anzusehen. Ich wollte nur diese kurze Info mitteilen, dass die Linie 10 auf Adelsheimer Boden ründet und nicht auf Dornacher Boden. Obwohl die Haltestelle natürlich da noch Bahnhof ist. Die sollte man aber umbenennen als Bahnhof, wenn das auch der offizielle Name ist. Aber jetzt... Schauen Sie sich dieses Video an. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spass. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spass. Die Länge, 40 Haltestellen und 40 Haltestellen. Und besser gesagt 26 Kilometer Länge, 40 Haltestellen und ca. 63 Minuten Fahrzeit. Die längste Basler Tramlinie. Eigentlich ist sie auch schweizweit die längste Tramlinie. Die längste Straßenbahn der Welt ist die Belgische Kust-Tram. Auf deutsch übersetzt Küsten-Straßenbahn. Allaischcup. Die Stauplen-Straßenbahn. Vor Tramlinien und nicht von den ausländischen Tramlinien. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass die Länge 10 die längste Schuhung ist. 1886 Weitere Infos at Strassenbahn Strassenbahn Schweiz Weitere Infos findet ihr unter mit Strassenbahn Schweiz 2008 2 1 2 2 2 3 5 2 1 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 12 13 14 15 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 16 15 15 15 15 15 15 16 16 17 16 16 16 15 16 16 17 17 17 18 16 18 Auf Wiedersehen, alles Heim und Willkommen ins Männchenstoff. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.